Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man beim Sakotan No-Touch eigentlich das Batteriefach richtig öffnen kann, um einfach die Batterien wechseln zu können, da dieses wirklich etwas versteckt ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Am Anfang ist es einfach etwas verwirrend, da bei diesem Seifenspender nicht irgendwo hier so ein Batteriefach ist und man möchte natürlich auch nicht überall daran reißen und etwas kaputt machen. Wenn man jetzt aber etwas genauer hinschaut, kann man sehen, dass hier unten über diesen On-Off-Button so eine kleine Nase hinausschaut. Und dort kann man auch das Batteriefach öffnen. Zuerst aber mal schauen, dass dieser Button hier unten auf Off steht und dann mit dem Daumen am besten hier oben einmal hingehen und wirklich mit Schmackes nach unten ziehen. Das geht jetzt wirklich relativ streng, was auch das Problem bei den meisten Leuten ist, da hier einfach eine Gummidichtung noch drinnen ist, damit hier unten auch kein Wasser hineinkommen kann. Und wenn wir das jetzt umdrehen, können wir auch sehen, dass hier unten schon unsere Batterien zu sehen sind. Bei Erstbenutzungsgerätes müssen wir hinten jetzt ein kleines Plastikstück rausziehen, damit einfach ein Kontakt zwischen den Batterien und dem Seifenspender hergestellt wird. Oder wenn wir es natürlich auch schon öfters benutzt haben und die Batterien einfach alles sind, diese einmal rausnehmen, neue Batterien richtig rum reinsetzen und schon können wir den Deckel hier unten wieder draufsetzen. Hierfür diesen wieder richtig rum hier unten aufbringen und dann mit etwas Schmackes, mit etwas Druck wieder schön einbringen, dass die Gummidichtung wirklich hier schön einsetzt. Zum Schluss mache ich jetzt meinen Seifenspender noch an, halte meine Hand hin, um einfach zu schauen, ob das Ganze auch funktioniert und es tut sich überhaupt nichts. Jetzt können wir sehen, dass hier auch wirklich schon Seife wieder rauskommt und somit haben wir auch schon die Batterien richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Sakutano Touch Seifenspender oder auch gleich mehrere solche Nachfüller bzw. auch Ersatzbatterien zulegen möchtest, um einfach Geld zu sparen, kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extern im Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir so eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Vielen Dank.